Möchtest du Leistung ein bisschen was sagen? Wir haben hier eigentlich einen Repräsentant von der 530 PS Leistungsstufe, die so mit TÜV auch gefahren werden kann. Und wollte euch einfach mal zeigen, was kann dieses Setup hier auf der Viertelmeile. Ja, dann das wird fahren. Ich geh davon aus. Möchtest du? Dort gibt es einen Regeln. Kommandos Rumpier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020